Ja? Was ist denn? Ich will noch ganz ... ähm ... kurz mal ... Meinst du, wir können ihn mitnehmen? Ja, wieso nicht? Naja ... schon ... schon ein Flüchtling, oder? Fragen halt, wenn's dich interessiert. Nein, du weißt, dass wir uns straffer machen, wenn wir den mit über die Grenze entnehmen. Sollen wir es da stehen lassen, oder was? Nein! Nein, aber ... ... ... ... ...